Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten Sakrament des Altaches. Von nun an bis in Ewigkeit. Jetzt holen wir heute den siebten Tag der Novene nach, den wir gestern ausgelassen hatten. Wenn ihr ganz arm geworden seid, überschütte ich euch mit Gnadenschätzen. Wenn ihr ganz arm geworden seid, überschütte ich euch mit Gnadenschätzen. Wenn ihr aber eure eigenen Sicherheiten habt, wenn auch nur wenige oder sie sucht, befindet ihr euch auf der rein natürlichen Ebene und folgt dem natürlichen Lauf der Dinge, der oft von Satan behindert wird. Ein Mensch, der immer alles erörtert und abwägt, hat nie Wunder gewirkt, nicht einmal ein Heiliger. Nur wer sich Gott hingibt, wirkt auf göttliche Weise. Wenn du siehst, dass alles komplizierter wird, schließ die Augen deiner Seele und sprich, Jesus, sorge du. Und das wollen wir jetzt wieder miteinander sprechen. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sargetu Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sage du Oh Jesus, ich vertraue auf dich. Oh Jesus, ich vertraue auf dich. Oh Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Oh Jesus, ich gebe mich dir hin. Oh Mutter, ich gebe mich dir hin. Oh Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen.